Juhu und herzlich willkommen zu Gönn dir was eurer Sensi-Beraterin für Deutschland und Österreich. Oh, ich bin so gespannt. Wir machen jetzt auch sofort auf. Oh, Tannenbaum. Ah ja, da kann man dann hier die Ornamente, hier so Dinger machen. Was haben wir denn? Es ist die schönste Zeit des Jahres. Damit sie diese Jahreszeit richtig feiern können und sich freudig um den Tannenbaum versammeln können, ist ihre Wiff-Box für Dezember mit einer Vielzahl von Tannendüften vollgepackt. Ja! Unser Geschenk, ah nee, das will ich ja noch gar nicht lesen. Okay. Okay, also. Ich gehe kaputt. Einmal, ne, dieses 3D-Ornament in Mighty Pine. Der wunderschöne Tannenduft aus der Feiertagskollektion. Einmal Black Forest Pine. Der Duft des Monatsdezember, der unschlagbar ist. Okay. Einmal Maraschino Sugar Cookie. Da, schnüffeln wir doch direkt. Oh. 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 Meins. Das ist genau meins. Kein Tannenbaumduft. Der kann ich euch beruhigen. Oh. Irgendwie. Oh. Fruchtig süß Plätzchen. Oh. Steht da irgendwie. Ah. Das ist ein neuer Duft, der sonst nirgendwo erhältlich ist. Also nur in der Wiff-Box im Dezember. Zucker Plätzchenteig mit Vanille gebacken und mit einer süßen Glasur aus Maraschino-Kirschen beträufelt. Du riechst den Plätzchenteig sowas von genial durch. Und dann diese Kirsche. Das ist wie diese... Boah. Kirschen, die auf einer Schwarzwälder Kirschtochte sitzen. Diese... Gelierten. Und einmal Snow Over... Nee. So, Nicole. Beruhig dich. Wusa. Ja. I'm Snow Over It. Ich muss mal mal kratzen. Oh. Warum konnten die nicht sowas bringen? Anstatt das ganze Zimtgedöne. Der ist so, so lecker. So, so lecker. Moment, I'm Snow Over It. War der nicht? Ist der nicht? Nee, der war aber. Siehste, er ist doch hier. Ein Duft zum Verlieben. Salbei, Kiefernholz und Zedernholz mit saftigen Beeren wirken wie der Zauber des Winters. In der frische Kollektion, und da gehört er auch hin, weil er ist frisch, ganz leicht nach Tannennadeln. Ich rieche hier frische und die Beeren. Das ist das, was bei mir in meiner Nase jetzt on top ist. Den hatte ich noch nicht einmal dieses Jahr. Das ist gut, dass ich den jetzt hab. Ich muss den nochmal. Scheiße, ob der nur in der Wiffbox geht. Den würde ich mir sechsmal bestellen. Oh nein. Das macht mich echt raubig. Aber ich kann mir ja nicht sechs Lüftboxen bestellen. Unfassbar. Unfassbar, dieser Duft. Und schon wieder eine Duftblume in Mighty Pine. So, ich hoffe, ihr wisst, ich liebe Duftblumen. Aber das war jetzt die vierte Duftblume hintereinander. Und jetzt ist es auch gut mit Duftblumen. Also ich hoffe, dass ab Januar dann keine Duftblume mehr drin ist. Ich freue mich trotzdem sehr, weil Mighty Pine diese Wiffbox, ich finde sie super. Aber ich bin nicht enttäuscht, gar nichts. So, und jetzt kommt... Beruhig dich, die Kolbe. Jetzt kommt der Duft des Monats Januar. Son, Rippenet, Rippenet, Berry, keine Ahnung. Okay, da ist irgendwas drin, was im Moment... Ich glaube, meine Nase hat einen Schaden. Ich rieche nur scharfen Senf. Ne, da ist irgendeine Frucht drin, die ich überhaupt nicht mag. Irgendeine... Ich erinnere mich aber auch nicht, was das für eine Frucht ist. Aber ich kenne diesen Geruch. Von unten rieche ich nur extrem scharfen Senf. Ich komme mit auf... Ich habe auch keine Duftbeschreibung und nix. Ich komme aber auch nicht auf den Namen dieser Zutat. Aber ich kenne das und das gefällt mir nicht. Es ist sehr fruchtig, aber da ist noch irgendwas drin, was nicht geht für mich. Okay, so langsam verfliegt der Senfgeruch. Oh, das tat ich auch noch nicht. Ne. So, jetzt erstmal gar nicht. Ich werde den warm machen. Und dann mal gucken. Wenn der sich nicht gravierend verändert, dann ist es nix. Dann ist es absolut nix. Also, wir rechnen. Okay, da muss ich mich gleich drum kümmern. So. Schade. Aber gut, mir kann ja auch nicht alles gefallen. Aber dafür ist dieser Maraschino-Sugar-Cookie der Hit. Na, ah ja. 22,75 plus... 2 Bars. 17 plus 7,65 Euro. 18,65 eher hier. Und was haben die jetzt gekostet? Waren die jetzt nicht runtergesetzt auf 10 Euro und was er quetschte? Ich rechne jetzt mal nur mit den 10 Euro. Nö, mal 25. Oh, Nicole. Plus 10,25 Euro. Aber das ist, glaube ich, falsch. So. 57,65 Euro. 15,65 Euro gespart gegenüber Einzelkauf. Oh, bitte, 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 Sensi. Nehmt den in Programm auf, bitte. Oh, Gott, ist der schön. Gut, diese Box hier, ne, für alle die, die jetzt nicht so auf Nadel dürfte stehen, die tun mir leid. Aber obwohl, ne. Also er hier, der Kracher, ihn hier auch, weil ganz, ganz leicht. Ja, über ihn hier muss ich nichts mehr sagen. Da habe ich ja auch schon so viel erzählt. Hier habe ich noch einen angefangenen liegen. Der ist einfach... Oh, einfach sensationell. Ja, und die Duftblume in Mighty Pine. Was ist denn für eine? Was steht das hier? Ah, Dahlia, Darling. Ja, das war abgewesen. Ich bin sehr angetan. Oh, nein. Oh, bitte, bitte, übernehmt den. Wie diese... Wie heißen die Amarena Kirschen? Ne, das waren die dunklen. Ich meine, ne, diese glasierten da, diese eingelegten, was weiß ich, wie sie heißen, süßen roten Kirschen auf den Schwarzwälder Kirschturten. Aber hier, der Zuckerplätzchenteig. Bitte, nächstes Jahr, bitte ganz viel mit Zuckerplätzchenteig. So, jetzt höre ich auf. Oh, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Der kam da hin. So. Oh, den hänge ich mir jetzt einfach mal in das Auto. Ich habe zwar mein Go da drin, aber... Jo, das mache ich doch mal. Den lege ich mir direkt parat. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, bitte Däumchen nach oben. Und gerne auch abonnieren. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und jo, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Oh, ich muss hier... Ich muss heute Abend ins Schlafzimmer in die Lampe hauen. Das nutzt nichts. So lecker. Ach so, jetzt bin ich aber weg. Macht es gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020